hi leute und was geht ja ich bin's wieder euer mysterious und ja wir spielen immer noch black ops 2 die kampagne wir müssen jetzt meine trauminsel retten und das werde ich versuchen beziehungsweise irgendwie nicht hinbekommen nein es ist einfach nur perfekt perfekt ist fast am evakuierungsdeck ok nein 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 er darf kolossus gar nicht versenken das ist so geil da so geil ich voll lässig voll voll lässig hier und so ups ok 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 das war's bisschen dumm bisschen so ganz wenig es wird nicht glücklich sein wenn wir das Mädchen verlieren gut guck dich für meine trauminsel mach ich alles ihr müsst euch beeilen er ist fast am evakuierungsdeck die falcon empfiehlt auf sich um diese frau zu kriegen er wird nicht zögern kolossus zu versenken um seine spuren zu verwischen so so oh scheiße immer durchstehlich das ist ja nicht so geil ne aber naja was soll es ach ne jetzt darf ich jetzt darf ich also hepp hepp wo der hell no so oh perfekt er ist auf weg und ja den haben wir perfekt weg damit und ihr müsst euch beeilen wir sind fast am evakuierungsdeck bitte falcon empfiehlt auf sich um den Bau zu kriegen sie oh ne 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 so geht das mal ganz nicht ok 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 auf Oh, was hast du? Ups Sorry, wollte ich nicht Boah! Warum laufen die mir ans Feuer, ey? Komm Alter Nicht dein Ernst Nummer eins und zwei und ali hopp und bam Das wird nicht glücklich sein, wenn wir das Mädchen verlieren Nein, 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 nein Stopp Moment Glauben wir hier gleich noch? Ihr müsst euch beeilen! Ihr ist fast am Evakuierungsdeck! Zack Er wird nicht zögern Kolossus zu versinken und seine Spuren zu verwischen! tsch WTF Nein! NREA NRAA RAAA RAAAGE Alter, ganz ehrlich! Super Scheiße! Wo bin ich? Was? Wo muss ich da hin? Ah! Nein! Nein! Okay. Jetzt gehen wir doch nochmal so vor, wie wir vorher weit gekommen sind. Also. Wir hacken uns da quasi am Rannenplank. Cheaten uns da durch. Das Gehirte. Warte. Dem? Dann. Oh Mann! Scheiße! Nein! Hau doch ab! Was für ein Wichster! Ey! Warte! Warte! Mach! Ey! Ganz ehrlich! Ist mal richtig mies! Okay. Zeck! Ehm. Ehm. Ist doch... Gut. Ich werde jetzt vielleicht nicht ganz so einfach... Ne, da geht es nicht weiter. Es wäre zu einfach gewesen, ne? Man muss da immer... Man muss da immer... Kompliziert denken. Nein! Nein! Das lässt... Das lassen wir jetzt. Wir bringen mich nicht mal um. Das wäre ziemlich geil, wenn... Boah! Okay. Gut. Lauf! Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber... Oh Scheiße. Nein! Lauf doch! Es geht wahrscheinlich eher auf Zeit. Die Falco? Ne. Unwürdig. Ja. Boah! Gut. Die Mission haben wir auch. Ähm. Oh Gott. Wie soll ich da schon verfügbar sein? Aber ich habe es absolut keinen Bock, die zu machen. Also. Wir rüsten uns schon mal aus für die nächste Runde. Johnoscocci... Und... Der, der riesige drin ist. Jedenfalls! Gib mir Platz! schwierig! Sondern die Princesses? ja was schon gut also ich höre es mich ja noch gut das mich hier noch ein bisschen aus das brauche ich doch haben wir das drauf genau perfekt ähm das brauche ich eigentlich alles nicht so ist doch langweilig lassen wir das so und kletterer bewegen blablabla was hier wird es schafft schnell ziehen atem anhalten ähm überwinden schneller und ja was ist das nicht mehr mannometer perfekt mir können wir erinnern und ja freut euch dann auf panama auf die mission bleide mit mir und bis dann bis zur nächsten folge wenn es wieder heißt let's play black ops 2 die kampagne mit mir bei der mysterious hier auf die mangoes bis dann tschüss bis dann las ist